Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch, 19. Oktober Ein gottesfürchtiges Weib mit Namen Lydia, eine Purpur-Grämerin aus Theatira, hörte zu. Dieser tat der Herr das Herz auf, dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet ward. Apostelgeschichte 16, Vers 14 Ich glaube auch an Gott, sagte ein Mann im Gespräch. Ein anderer erwiderte ihm, gewiss, aber sie lieben ihn nicht und sie fürchten ihn nicht. In der Art glaubt auch der Teufel an Gott. Der ist kein Gottesleugner. So stand es bei der Geschäftsfrau Lydia nicht. Sie war gottesfürchtig. Sie nahm Gott ernst. Sie suchte ihn im Gebet. Sie gab sich Mühe, seine Gebote zu befolgen. Sie ging auch in die Versammlungen. Ist das nicht genug? Nein, es ist nicht genug, um Frieden mit Gott zu haben, um fröhlich und gewiss zu werden. Der Frau fehlte das Beste. Es gibt so viele sogenannte Christen, die auch noch nicht weitergekommen sind als die Lydia. Im Grunde ist es ein gequältes Leben, weil man nie weiß, wie man jetzt mit Gott dran ist. Im Leben der Lydia kam die große Stunde, als sie fand, was ihr fehlte. Der tat der Herr das Herz auf, dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet ward. Wir wissen, was Paulus sagte. Er sprach vom Kreuz Jesu, in dem Gott den Frieden allen anbietet, die ihn im Glauben annehmen. Wurde er so ein Gottes bezahlt, was wir täglich schuldig geblieben sind vor Gott. Lydia nahm das Heil Gottes in Jesus an, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Sie begriff, dass nicht in uns und unserem Bemühen, sondern in diesem Jesus das Heil ist. In Jesus kam ihr Herz zur Ruhe und zur Freude und zur Gewissheit. Herr, offenbare das Kreuz deines Sohnes in unseren Herzen. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Jesus Christus segne dich. Amen. Amen. Vielen Dank.